Meine Damen und Herren zu Hause, wenn Sie beim Abendessen sitzen, dann legen Sie jetzt bitte das Brot zur Seite, wischen Sie sich die Hände sauber, klappen Sie Ihre Laptops zu, machen Sie das Bügeleisen aus, bitte begeben Sie sich vor den Fernseher und seien Sie bereit, seien Sie bereit zum Jubel. Denn jetzt hat Laura Dahlmeier nur noch fünf Schuss ins Ziel zu bringen, auf dem Weg zum neunten Staffelgold für eine deutsche Frauenstaffel. Ich erhebe mich in meiner Kabine, der letzte sitzt, ja, Laura, ja, das ist die Goldmedaille für die deutsche Staffel, strahlend, lachend, jubelt. Verlassen Sie dort den Schießstand, es ist eine Ehrenrunde, die Schlussrunde, sie wird zur Ehrenrunde. Ist das ein Tag für das deutsche Frauenstaffel. Jawohl, sehr schön, jawohl, juhu. War nicht mehr als der vierte Grad. Und man sieht es weiterhin, wie sie lachend dort hineinläuft. Jawohl, Laura, ganz gut. Schauber. Hat er die Inwurf zum Andeschuh gekriegt. Der Vorsprung ist sehr groß, will der Morgendenker einwandfrei, Laura. Ganz starke Leistung, super. Und hopp, hei, hopp. Das ist natürlich dann auch der nüchterne Tobi Reiter. Wir schauen auf Laura Dahlmeier, die auf der Zielgeraden mit der Deutschlandfahne hineinläuft. Deutschland gewinnt zum neunten Mal Staffelgold bei einer Weltmeisterschaft. Die Talsohle der letzten beiden Großveranstaltungen, sie ist durchschritten. Der 13., Freitag der 13., wurde zum Glückstag für die deutschen Damen. Herzlichen Glückwunsch, Franziska Hildebrandt, Franziska Preuß, Vanessa Hinz und Laura Dahlmeier.